Hey und willkommen zu dieser Personationen am FlowState und hier kommen wir zum Entwicklungsteam. Danke so sehr und interessiert. Sehr cool. Noch eine kurze Zeit von mir. Ihr heter Peter, der Mikro-Utwecklerei Auton-Ohr, den nächsten zwei Jahren per Sektor. Aber jetzt nu pluge ich ja so ein paar Schöne-Trainere, das ist ja ein bisschen. Efters, wenn ich rede, man kann anwendet Training zum Kraft- und Ressourcen, ein paar Konturrätten und so wieder. Ich meine Training in olika Sammanhang, in der Bara Stürke-Utäglichkeit. Und ein auf dem Sammanhang ist ja Flow. Ja, was ist Flow eigentlich? Ich komme auch zu sprechen um das, aber ich komme auch zu sprechen und ich komme auch zu sprechen, wie man hierher kommt. Meine Litte Definition war ja Flow. Es gibt viele verschiedene Definitionen in der Literatur. Der Mest Warnlige, wie man sieht, ist der optimale Mittelstilstand, der man auch bestätigt und prästert. Und nach Egenskörper ist, dass man voll Fokus hat, dass die Zeit ein bisschen gekonntet. So, ich bleibe zwei Stunden und ich bleibe zwei Stunden und ich bleibe fünf Minuten. Man hat eine Schänze auf Kontrolle, eben in Situationen, die man nicht kontrollieren kann. Zum Beispiel, wenn man auch ein Kilo geplant, wenn es gut geht, dann ist es sehr gut. Aber man hat eigentlich nicht so viel Kontrolle, speziell wenn man es sehr schnell ist. Und die so-kalt und autotellig erfaren hat. Das betyder, dass Tillständen selbst ist eine Belöhnung in sich selbst. Man muss also keine ytterliggende Motivation haben, um zu kommen, um zu kommen. So belöner man es, dass man es will, um zu sein, um zu sein. Ich würde sagen, ein Flowset ist ein Tillstand der Hörner optimiert. Also nicht optimalt. Eftersom es gibt so viele verschiedene Sätze in Flow. Das kann sein, dass man einen Marathon springt. Das kann sein, dass man 100 Meter springt. Oder man sitzt bei der Kontrolle und arbeitet und ist sehr verdübt. Aber alle der Flow-Tilstände haben wir zusammen. Alles andere Hörner stängt näher. Alles, was man nicht braucht, von den Uppgiften, die man gerade jetzt macht, umsofern, was es ist, stängt näher. Hörner anwendet es nur für zu denken und nicht für zu sparen. Das ist ein Kognitiv Flow. All das man denkt auf. Man muss dann auch ein Barschern sein, man muss nicht vergessen. Das ist ein Kognitiv Flow. Das ist ziemlich niedrig, wenn man in Flow ist. Das führt zu, dass nicht viel Energie löst. Das ist ein ziemlich niedriges Frikation. Man kann nur das, was braucht. Das führt zu niedriges Stress. Wenn man das im Labben mäter, ist es sehr friedvolle Hörner. Amygdala, das ist ein ängstzentrum im Hörnern, also ein ganzes Gammes Reptil-Hörnern, das stängs näher. Trotz dass man sehr hög prestation hat. Man presterer högt, aber keinen Stress. Das ist cool. Das bedeutet auch, dass Flow ... Um man kann lösen ein Uppgift im Flow, ist es mehr hälsosam, als man den Uppgiften löst in einem anderen Zustand. Das ist das, was ich am meisten interessiert von in Flow ist. Oftast, wenn man auf Nätet läser, ist es oft die Topprestation, die wichtig sind. Aber ich bin mehr interessiert, wie man anwendet Flow kann, um zu presteren hållbar zu können. Man kann eine gute Prestation haben, aber ohne zu riskieren, dass man sich ausmattern, oder zu gehen. hohe Wägen. Ja, weil auch Flow mehr. Ich erinnere, seit dem Süd, wie man dann sagt, hat viele Stängs näher, der called transient hyperfrontality. Das bedeutet, dass Frontal-Dälen auf den Hörnern Stängs näher in gewisse Zeit. Alla snurrende tanken, die man näher nästan hela tiden hört, wenn man nicht in Flow oder nicht mediterar, geht weiter. Flow, wenn man bara tittar auf den Hörnern, sieht das nästan aus wie mediteration. Mit einer Skillung, dass es einige Zonen sind mehr aktiv, und speziell die Zonen, die man braucht von den Uppgiften. als man gerade jetzt macht. Aber wenn man nicht auf den Hörnern sieht das ganz ähnlich aus wie mediteration. Auch in der Literatur oft sieht man den Flow-kanalen. Wir haben unsere Färdigheten und wir haben eine Herausforderung. Und wenn man das balansiert ist, ist man im Flow. Und wenn man für gut ist, ist man auch trockert. Und wenn man för tungt ist man nervös. Das ist halva sanningen. Das stimmt. Es muss eine Balance finden. Aber ich glaube, dass es mehr Variabler und mehr Dimensionen gibt. Eftersom es kann auch händen, dass ein Uppgift är trögt und stressant zusammen. Und was ist die Skillung? Das möchte ich noch mehr darüber sprechen. Ich glaube, Flow ist mehr ein Spänningsfeld. Man behöver någonting som aktivierer. Nogething, som zum Beispiel känner som ein liten Hut oder ein Risk oder någonting som är väldigt interessant oder der man är nyfiken på. Nogething som aktivierer någon. Och någonting som lugner näher. Det som aktivierer kann vara eine utmaning. Det som lugner näher kann vara meine Färdigheter, att jag vet, jag kan det. Men det kan vara vad som helst egentligen. Nogething som lugner näher, någonting som ger trygghet. Och någonting som ger aktivitet. Och om det spänner tillräckligt öppnar sig den här Flow-kanalen. Det är bilden jag har i huvete ganska oftast. Så det behövs en liten Spänningsfeld. Det behövs inte bara en Balans mellan Spänning. Och sen kommer det. Man måste ha de här Equalizer ganska högt på både ändern. Så att härnan egentligen fatta. Ok, det är viktigt nu. Stänga nära allt som inte behövs. Men samtidigt det är ingen stor förra. Allt är bra. Så att man inte blir bara fight or flight. Ja. Och så viktigt att veta är att Flow är inte en starker Tillstand men en cykel. så att man börjar med en kampfas. Härnan är inte redo för vad man ska göra. Så tankarna snurrar fortfarande. Man är inte där. Så man måste komma in i någonting. Den här fasen kan ta fem sekunder om man är i en ganska hotfull situation. Men det kan också ta 20 minuter om man bör till exempel sätta sig inför datorn på morgonen och försöka komma in i vad man har gjort igår. Så Viktigt i det här fasen är att man inte blir det här. Så om så fort man blir det här tar fram mobiler och tittar på någonting måste man börja om igen. Men det här fasen är viktigt. Det kommer alltid. Men man kan snabbt upp det. Sen har man en kort fasen där man släpper loss. Så det är oftast merker man ok när man verkligen fasen har man gå på toren eller hemter, en kaffe eller så. Och sen om man gör det rätt har man en chans att komma i Flow. Man måste släppa loss för en kort tid för att det verkligen blir flowigt. Så länge man är helt spänd blir det inte så. Och sen så flowar inte för evigt. Mellan 30 och 90 minuter kan man vara i Flow. det finns exempel där folk var i Flow i tre dagar. Men det är ganska sällan. Så vanligtvis är det inte så långt. Efter det måste man auto-hämta sig. Flow är ganska grävande till kroppen också. Så man måste auto-hämta sig. Gör någonting helt annat. Komma i kroppen igen. Jag kommer att prata om auto-hämtning också. Ja. Men nu har jag pratat mycket var i Flow. så. Det är mer intressanta fråga är hur kommer man dit? Och där finns som tycker är många många möjligheter att komma dit. Det viktigaste är att man tarnt om sig. Flow är en physisk state. Så det har mycket i hjärnan. Det har mycket i kroppen. Och som med allt som har med kroppen att göra är det viktigt att ha en balans mellan aktivitet och auto-hämtning. Det var ja harta. Oftast med folk som träner med mig att allt hända i auto-hämtningen och inte i träningen. Det är samma med Flow. Man måste vara auto-hämtad. Man måste ha en bas där man står på. Och det är viktigt. Och hur gör man det egentligen? Så det måste vara... Det måste inte. Det är en liten aktivt auto-hämtning. Så inte bara sitter inför tvn i tre timmar. Det kommer att... Kroppen kommer att auto-hämta sig. Men hjärnan kommer inte att auto-hämta sig. Om man gör det. Eftersom det är för mycket intryck. Sömn är viktigt. Om man har bara fyra timmar är det väldigt svårt att komma i Flow. Positiv psychology basics. Där kan man googla. Det är en lista av grejer man kan göra. För att må bra i vardagen egentligen. För att vända om psykologi egentligen. Att man tittar vad går bra och inte vad går dåligt. Väldigt bra också att vara ute i naturen. Gå för en promenad eller vad som helst. Och att komma i kroppen. Hur som helst. Träna, svätta, frysa, skratta, gråta, dansa. Vad som helst. Men att komma i kroppen hjälper mycket att hela tillståndet i kroppen resetas. Och sen är man redo för att prestera igen. Om man inte gör det. Och alltid. På 50 procent. Kommer man aldrig till 100 procent. Så man måste komma ner. För att komma upp igen. Väldigt bra också att göra flowaktiga aktiviteter. Varför är det viktigt? Eftersom en herntillstånd kan tränas. Så där finns det här mening. The more flow you have. The more flow you get. Det betyder om jag har en aktivitet. Där jag kommer i flow ganska ofta. Så tränas mitt hjärna att komma i det här tillståndet. Och det betyder. Om jag sitter på kontoret. Och har en uppgift. Är det lättare att jag också kommer i det här tillståndet. Så om du har en aktivitet. Eller flera. Där du vet. Du kommer i flow där. Många målar. Eller spelar gitarr. Eller springer lång distans. Eller simmar. Eller vad som helst. Ja. Kultivera det. Det är viktigt. Och det ger mycket värde för jobbet också. Och det andra anledning. Varför man ska kultivera. Flowaktivitäten. Är att flow kan överföras. Det finns det här. Afterglow. Så om man är i flow tillstånd. Och kommer till nästa uppgift. Är hjärnan fortfarande. I det här tillståndet. Så fortfarande. Inte mycket aktivitet. I de här snurrande tankarna. Så. Till exempel. Om man spelar en liten runde pingpong. Och sedan sätter sig inför datorn. Är det mycket lättare att. Bara. Ta med sig det här. Känslan att. Ja. Jag spelar lite. Och jag spelar mer. Och plötsligt kommer det. Utan att man tänker så. Vad var uppgiften? Ui. Det var ju stressigt. Kan jag det? Ja. Om de tankarna kommer inte. Kommer man lättare i flow. Sedan finns det flow triggers. Och flow blockers. I litteraturen finns det. 26 flow triggers. Det är. Knappa. Eller oftast är det förutsättningar. Som underlättar att komma i flow. Det finns externa. Som till exempel en deadline. De mest anwendande flow triggers. När man plugar kanske. Der interna flow triggers. Som till exempel en chänsel av autonomie. Så jag har valt att göra det. Jag har ett val att vad jag gör. Så det är en stor flow trigger. Eller det finns många group triggers. So till exempel om en par programmerer. Använder man många flow group triggers egentligen. Men det finns också flow blockers. Det är grejerna som. Som förhindrar att man. Att man kommer i flow. Ja. Till exempel. Imposter syndrom. Utydliga mål. Att man vet inte riktigt. Var jag på väg egentligen. Så var jag målet med det jag gör. Eller att man är ambivalent. Jag har en. Intressekonflikt. Man kommer. Så gärna. Kommer inte att vara övertygad. Att det är viktigt. Vad jag gör nu. Om mina värderingar. Och mitt mål. Går på olika håll. Och hög kognitiv flow igen. Så om jag måste. Om jag måste. Vi har i våra hjärnor. Inte för många minneslåts. Det kanske åtta eller tio. Och om. Sju av dem. Är upplagt med. Jag får inte glömma det. Jag får inte glömma det. Jag får inte glömma det. Så är det inte mycket kvar i hjärnan. Och det är samma med imposter syndrom. Om jag. Använder mycket energi. För att. Se till. Att ni inte märker. Att jag har ingen aning. Vad jag pratar om. Så kommer. Jag inte. Kan man använda. Den energien. För att prestera bra. Och igen. Om man tittar på. Det här flow cycle. Är det ju så att. Flow triggers. Kommer någonstans. Här. Mellan. Släpper loss och flow. Här kan man. Använda flow triggers. Här kan man. Som säger. Okej. Se till. Att jag har. En bra feedback loop. Så att jag vet. Det jag gör. Kommer jag att. Se ganska snabbt. Om det var bra eller inte. Och det. Kommer att. Hjälpa mycket. För att komma i flow. Eftersom. Jag gör någonting. Jag får en. En belöning. Om det funkar. Och sen. Energin i hjärnan. Mycket större. Och jag gör någonting igen. Och om jag får feedback igen. Börjar hylen att snurra. Och det är hela tricket. Så att. För att. Få hylen att snurra. Och sen igen. Återhämtning är viktigt. Ja. Det är lite. Hur det ser ut. Så. I kampfasen. Så i den första phasen. Bygger man ju upp. En bild i hjärnan. Så om man sitter i datorn. Man övertygar hjärnan. Det är viktigt just nu. Och det är vad du måste optimera på. Och därför är det så viktigt. Att man inte blir distraherat. Annars ramlar det här bilden i hjärnan ihop. Och man måste börja om igen. Men. Stressen stiger också ganska. Ganska bra. I första phasen. Och därför är det här så viktigt. Att man släpper loss lite grann. Stressen går nära. Men bilden i hjärnan. Ståna kvar. Och sen har man mycket större chans. Att komma in der här tillstand. Där man är ganska lugnt. Men prästare högt. Eftersom bilden i hjärnan det här. Men. Ja. Slappna loss. Och sen. I autohämtning är det viktigt att man också. Slapper loss. Det här bilden i hjärnan. Och verkligen. Ränse ut. Ja. Och så är viktigt att göra. Teamwork. Om man har ett team. Ja. Användertet. Äftersom. Heller hülens. Nu är mycket smidigare. I. 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 kann man da mehr und mehr, für die kommen auch so weit. Es gibt eine viel mindre Chance, dass man distrahert wird. Das ist ganz ungewöhnlich, dass man auf den Mobilen und sieht auf ein Cut-Video, wenn man zusammen mit den anderen arbeitet. Es gibt eine viel mindre Chance, dass man fast noch nonstans. Es gibt viele Personen, die Ideen und Böller haben. Es gibt eine mindre Chance für die Ruhe. Man arbeitet zusammen, man ist nicht einsam. Auch wenn man stresst oder fast noch nonstans wird, kann man in allen Fällen nicht einsam. In Gruppen gibt es immer mehr ein Summen auf Dälen. Das sieht man zumindest nicht. Wenn man in Gruppen arbeitet, hat man mehr Chemikalien, wie zum Beispiel Serotonin oder Oxytocin. Der soziale Sammanhang macht viel mehr Trägheit. Das macht man in einer Gruppe viel mehr Spänzung. Man hat viel mehr auf den här Vikten, und man kann auch viel mehr auf den anderen Seite spännen. Das letzte ist, was man macht, ist zu justieren. Das ist ganz interessant. Wir haben diese Bildung mit Ballonen und Vikten. Man kann justieren Aktivierung und Gürtung mit vielen verschiedenen Werkzeug, und man kann auch sehr bekannt werden. Die meisten agilen Werkzeug sind, wenn man die näheren, ganz brauche Flow-Werktüge. Ich habe versucht, dass man in den Hubs mit Flow-Triggers, die in der Literatur machen kann, dass man in den Flow kommt. Also, zum Beispiel, Immediate Feedback ist einer der größten Triggers. Man kann direkt wissen, ob es gut ist. Das führt zu, dass die Hülle ganz schnell schnell und man kann etwas ändern. Man kann etwas ändern, man kann etwas ändern und man kann etwas ändern. Man kann etwas ändern. Man kann etwas ändern, wenn man etwas ändern kann. Man kann etwas ändern. Man kann etwas ändern, wenn man das erste Mal testen hat. Im Morgen oder vielleicht direkt, wenn man ein paarprogrammering oder ich eine solche… wenn ich eine Frau sagen kann, und mein Kollege sagt, ich weiß nicht was es ist. Immediate Risk also ein paarprogrammering. Es gibt ein paarprogrammering. Es gibt eine kleine Riske. dass man etwas einfacher wird. Oder ein Sprint, dass man in zwei Wochen muss es klar sein. Oder man muss es Wir sprechen jeden Tag, was man macht. Clear Goals, so klart. Alle unsere Werktüge sichtern auf, dass wir klare und tydliche Mal haben. Dass wir planieren, dass wir praten, was wir auf dem Weg machen. Dass wir deadlines haben. Ein paar Programmering der Force Freedom betyder, dass man in Lockstep mit jemanden geht. Oder man spielt You-Go, I-Go. So eine Person, die andere machen. Wenn es so schnell wie ein Racketsbord geht, dann kommt man in einen Flow-aktig-Tillstand ganz schnell. Aber man kann auch justieren You-Go, und in meiner Erfahrung ist es oft mit dem Drucken, und nicht der Aktivierung. Hier haben wir auch viele Tools. Flow-Triggers haben eine Sense of Control. Es ist oft sehr gut, dass man einen Testprozess hat. Man weiß, dass die Unit-Tests passen hat, aber in allen Fall hat man nicht etwas komplett dumm. Oder man hat testiert das und es sieht gut aus. Die Feedback und die Druckung war nicht komplett dumm. Das ist eine Sense of Control. Många Werktygen versuchen, den Cognitive Load. GIT zum Beispiel. Ja, okay. Ich habe Checked-In-Det. Was än ich fällst, alles andere sparen. Work-in-Progress-Limits zum Beispiel. Wir haben drei Sachen per gången samtidig. Und so weiter und so weiter. Ein wichtiges Grupp-Trigger ist die Familiarity. Dass wir zusammenarbeiten. Dass wir wissen, wie mein Kollege funktioniert. Was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Was kann ich nicht sagen. Was stärker und Schwachheit auf meine Kollegen. Wir können besser zusammenarbeiten. Und da gibt es auch viele Werkzeuge. Dass man mit jemanden spricht. Dass man oft spricht. oder lyssnar. Till varandra. igen. Spännande. Många Werktygen sind både her und her. Många Werktygen können anwendas både für att aktivieren und für att geerträglich. Om man tittar bei das jetzt. Ich habe versucht, dass die Zirkler, Flow-Triggers und andere Werktüge und man tittar bei dem, was zum Aktivieren und was zum ja Lungen und Näher ist eigentlich so. All zum Aktivieren sieht er so eine Hänger ein paar Waffe und all zum Lungen und Näher sieht ein paar psychologische Drückheit. So, im wahrer Milieu kann man eigentlich sehen, dass Flow-Kanal in der Spendingsfeld ist. Wir haben eine Drückheit und wir haben eine Waffe und wir haben eine Waffe. wo wir arbeiten. Es gibt viele verschiedene Spendingsfelder, aber in unserer Sache ist es das Spendingsfeld wir in. Wir sind näher klar. Was ich möchte mit der Person versuchen zu den Hörner zu Flow. Das ist wert. Das ist Das ist etwas wie das Spendingsfeld oder Pingis oder so. Das ist Das ist das Waffe. Das ist das Waffe. Das ist Waffe. Das ist das Waffe. Das ist Waffe. Waffe. Das ist Waffe. Das ist Das ist Waffe. 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 zu Waffe. Or Waffe. 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 Hand um jemanden. Wenn man eine Person glömt, hat Autohämter oder fast nach der Zeit, hat man ein bisschen aufmerksam. Die wirklichen Werte lösen sich. Man muss besser, wenn man hofft oder auch die mindestens Chancen zur Aufmerksamkeit hat. Es ist mehr effektiv, man löst mindere Energie, man fährt Upgiften jutsnabere, man fährt Stress näher, und Prestationen stiger auch. Sist, aber nicht mindst, wird das Leben mehr verklärt, wenn man einen Flow-Dog hat. Das ist ein beroende und skapendes Zustand. Ja, das war es eigentlich. Es gibt Zeit für Fragen, oder Sie können mich auf LinkedIn fragen. Ich bin immer bereit für mich zu sprechen. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus